das ist gut ja ha ha rahat am start meine freunde küs allahm jokonisch ja äh tinki winki kümrach wie wärmer tinki winki oh lala tinki wiki tinki wiki wabash herzlich willkommen zu einem neuen youtube video mit bestes küchen meine freunde nach vier tagen endlich wieder meine freunde wie ihr schon im thumbnail gesehen habt und im titel machen wir heute selbst gemachte butter worauf echt viele gewartet haben und ich selber auch und ich bin mal gespannt was dabei rauskommt das macht sie selber auf kurdisch heißt das mit jokur und mit jokur und mit jokur und mit saane und ich mache heute mit saane selbst gemachte buta mit saane mit jokur und und mit jokur ist noch lecker aber ich mache heute mit saane weil wir machen heute zwei video und das ist so viel ich will schneller fertig machen ja genau das selbst gemachte buta die könnt ihr machen wie ihr wollt könnt auch gerne in die kommentare schreiben wie ihr das machen würdet das ist so viel zu tun 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 und leute wegen dem letzten video haben echt voll viel geschrieben wir wollten für unsere kinder auch diese zuckerwatte kaufen diese gerät ihr könnt gerne bei amazon oder bei vielen verschiedenen seiten oder bei google einfach anschreiben zuckerwatte gerät wir haben auch einfach irgendwas bestellt wir haben keine kooperation mit einer fünfer es gibt auch keinen rabattcode einfach bestellen und die machen die kinder glücklich äh 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 geht das mit normalem zucker ja ja mit normalem zucker weil mit dem zucker auch paha ja das ist auch teuer das ist nur farby aber mit ganz normalem zucker geht auch weil wir haben es probiert das geht gut dann würde ich sagen wir fangen mit dem video und äh seid gespannt was jetzt auf euch zukommt so äh das ist ein liter sahne ein liter nur pure sahne das ist halb sahne das ist einmal schlagsahne davon insgesamt ein liter genau ein liter schlagsahne und wir warten und wir gucken und wir gucken dass die Butter ach nur daraus machst du jetzt Butter? ja ne was kommt noch dazu nix nur ein liter schlagsahne ja ja ich kann ja ein paar schlagsahne das ist das Wasser kommt auch so wie sie so okay einfach so machen und anmachen geht schnell das ist innerhalb von die Panik Mama ich glaube das ist das schnellste youtube video äh ich glaube auch das geht schnell einfach das ist das ist das ist das ist das ist richtig toll die schlagsahne wir gehen in der russischahne den 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 d die haben geschrieben meine mama liebt eure videos sie fragt jeden tag auf deine mama ein neues video könnt ihr sie bitte grüßen sie heißt samira aus bielefeld sascha lüker hat schreibt hallo besten auch an könnt ihr mich mein zahlen bestimmt könnt ihr mich begrüßen abonniert heiße hier aus hessen ich weiß nicht welche frage sprechen ich weiß ich weiß nicht welche frage sprechen ich Überhaupt nicht. Ich werde sehen, dass ich mich nirgends habe. Also, das heißt, wir machen immer manchmal so, wie gesagt, Mischmasch. Manchmal Deutsch, manchmal Kurdisch. Ihr schreibt einer, wenn ihr mich nächstes Video nicht grüßt, werde ich euch deabonnieren. Erstmal schöne Grüße gehen raus an Ceri. An Ceri. Ceri, also. Slavo, rei, Ceri. Aber das geht darum, ich habe es jetzt extra vorgewiesen. Leute, ich schwöre, ich versuche, ich kann nicht. Ich könnte ein Video machen, wo ich jetzt eine halbe Stunde mache, wo ich jeden grüße Mama. Bei zwei Monaten haben wir alle aufgesprungen und die Zeit nicht mehr. Ich will nicht sagen. Das ist mein Mann. Aber wir versuchen immer, dass wir alle versuchen. Erstmal fünf, sechs Jahre alt sind. Dann können wir alles machen. Naile Aiwazi schreibt, meine Mutter guckt immer ihre Videos. Sie können sehr, sehr gut backen, hat Mama gesagt. Sie hat jedes Video, also einfach jedes und sie liebt auch jedes. Liebe Grüße von meiner Mutter Naile Aiwazi, Albani. Hallo, Naile. Dankeschön. Naile? Naile, ja. Dankeschön. Vielen Dank für zu gucken unser Video. Ja. Vielen Dank. Ich habe eine Frage, wir haben uns den Backofen gekauft. Ja. Aber der Backofen, wenn wir die Tür aufmachen, geht nicht wieder zu. Er geht nicht wieder zu. Ja, ich weiß. Ich habe uns einen Backofen gekauft. Ich habe aber auch einen Backofen gekauft. Und wenn man ein Backofen hat, kann man die Öffnung aufmachen. Das geht automatisch. Nachdem wir das Backofen anmachen. Sie sagt, der Backofen müsste erstmals anschießen an Strom, damit die Wärme sich erhitzt. Automatisch, wenn es warm wird, geht der Decke nicht mehr zu, weil eigentlich keiner Haken da ist. Der Sorge dafür, dass nicht zu. Nein. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so mache. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so mache. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so mache. Yusuf, schreibt, wo kommt ihr diese schwarze Teile, wo du deinen Heimd und deinen Teig machst? Ich finde, ich habe das Lidl, weil ich das nicht so mache. Ich habe das Lidl, das Lidl und Weihnachtszeit. Aber es gibt immer bei Amazon. Ich habe das immer bei Amazon. Ja, Leute, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr immer was wissen wollt. Wenn ihr was fragen wollt, alles zwischendurch in den Videos wie jetzt. Machen wir kurz eine Werderpause mit dem Video und machen wir wieder weiter. Komm, wir sollen wieder zurück zu unserer Butter. Ja. Ich will mit ihr eine Fragerunde machen, Leute. Was macht sie? Waschen. Ich muss gleich abwaschen. Mann, 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 Mann. Ist schon so weit, dass sie mit Vögel redet. Das ist so weit, und das ist so weit. Und das ist so weit. Und das ist so weit. Also ungefähr hat das jetzt bis jetzt gedauert, so sagen wir mal 10 bis 15 Minuten. Das ist schon 10 Minuten. Ja. Was macht ihr da denn mit? Komm. Ja. Rahat am Start, meine Freunde. Alles am Start. Mit unserem Model hier. Janelle in der Haus. Playboy. Was geht? Leucht. Ja, meine Freunde. Ein paar Fotos für die Webseite. Die kommt auch diesen Monat auf jeden Fall online. Genau. Ihr seht jetzt hier ein paar kleine Sachen. Genau. Das sind unsere Klamotten, die angekommen sind. Rahat, Leute. Das wird auf jeden Fall auch diesen Monat auf euch zukommen. Mit der Homepage. Seid gespannt. Das sind die Klamotten. Einmal in pink. Einmal in weiß. Und einmal in schwarz. Das sind die T-Shirts in weiß. Neh, Mama. Ich meine, wir sind mit dem Blumen. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen, unsere Klamotten. Die ist ein bisschen gerade aus, unsere Klamotten. Jetzt kommt auf. Jetzt soll ich keine das nehmen können. Und es ist gar nicht ganz gut nur Weiß. Aber es ist nicht so vor. Es ist prima. Du willst einen Backen. Als drittst. Du hast einen Backen. Du hast einen Backen. Du hast einen Backen wollen. Und es ist normal. Das ist eine einmalige Sache, erst mal. Letzte Woche des Monats. Es gibt keine Frage. Es gibt keine Frage. Es gibt keine Frage. Nadir. Warum bist du schon wieder hier drin und putzt? Warum putzt du schon wieder? Warum? Ich muss putzen. Wenn du mit den Schäben gehst, dann komm schon. Mama, das ist gleich das andere Video. Bälle. Paneer. Beste Paneer. Ich zeige euch das mal. Und Bienen. Das feste ist die Butter. Genau. Und außen ist schon dieses Flüssige. Sie macht dir das Eiswürfel und ein bisschen kaltes Wasser rein, damit das schön kalt ist. Genau. Das ist ein bisschen kaltes Wasser. Genau. Und das ist ein bisschen kaltes Wasser. Wenn du mit dem Kaltes Wasser aufhören kannst. Jetzt, wenn du mit dem Kaltes Wasser reinfuhren kannst. So. Hier. Wow. Das ist ein bisschen kaltes Wasser. Jetzt, wenn du mit dem Kaltes Wasser aufhören kannst. Wenn du mit dem Kaltes Wasser reinfuhren kannst. Wenn du mit dem Kaltes Wasser reinfuhren kannst. Wenn du mit dem Kaltes Wasser reinfuhren kannst. Ein bisschen salzig muss es ja sein. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, mach ein bisschen nach und bis das hart ist. Ein bis zwei Minuten muss es in kaltes Wasser sein und dann geht es weiter. Wie lange hast du jetzt damit rumgeknäht, Mama? Wir sollten den Kaltes Wasser reinfuhren. Mit dem Kaltes Wasser aufhören wir. Dann Reinst du eine Frage, wo du mit dem Kaltes Wasser reinfuhren kannst. Wie viele Kaltes Wasser reinfuhren kannst. Also wenn du damit den Kaltes Wasser reinfuhren kannst. Also ich brauche das Wasser reinfuhren. Das ist etwas das. Wie kommt davon? Ja. Das ist ein wenig. Das ist dein Kaltes Wasser. Wow! Das ist gut. Das ist gut. Man sagt, Augen ist mit. Augen ist mit. Man sieht. Sie hat diese Re counselors... Man bekommt counterparts an Madame. Ist jetzt schon ganz toll. Herzlich willkommen. Alles gut wie das ebencon. Ham ich jetzt mal schon gemacht habe ... diese rede. wollen wir dir mal das zeigen wie das am ende dann aussieht das ist deine fertige butter vorgestern so ist es doch die 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 Gemüse der Ölger und wenn du das Kiraos nachher bist, kommt der Mostly. Es ist ein Fisch. Wir gucken jetzt mal die Kräuter. Wir haben aber auch noch eine Zauberkirja mit dem Zauberkirja. Es ist so ein Fisch. Wow! Es ist so schön. Es ist so schön. Der Fisch ist ganz schön. Es ist ein bisschen schwarzer, aber es ist okay so, wenn ich das Video habe, dann würde ich sagen, das Video, deine Buddha ist fertig. Schöne Grüße gehen raus an Petrus Ibrahim und an Petrus Aktan aus Grunau, Slav Ores. Das ist Grunau und ich glaube ich bin Holland. Schöne Grüße. 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 Schöne Grüße an Nafia und Hamdün. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Grüße an Rosta Issa, Slavo Reis. Slavo Reis. Tinky Winky. Tinky Winky. Oh, Lala, Tinky Winky. Tinky Winky. Tinky Winky. Ja. Schöne, schöne Grüße an die 5-jährige Hei Lin. Ich kiss dein Auge, mein Schatz. Hei Lin. Hallo, Hei Lin. Ich kieße Sie einem Toten zu, und Sie sind vor allem im Ich kieße Sie. Sie sind jetzt die Gäste. Ich kieße Sie. Sie sind die Video-Meini-Videos. Vielen Dank für's Zuschauen und abonniere mich an Instagram-Maschbeeren und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.